Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal LP Alente und heute wieder zu einer neuen Runde von Skywars. Vielleicht nicht spielen wir uns ein bisschen feier und ja ich habe noch ein bisschen was anzusagen und zwar, ja ich kaufe mir heute mal das Kit. Ihr seht ich bekomme Lederhelm, Lederschuhe, Holzachs, Steinspitzhacke und Holzschwert. Auf jeden Fall habe ich was anzusagen und zwar auf diesem Server läuft zur Zeit so ein Bau-Event, da können wir im Kreativ-Modus bauen und da baue ich mit dem Money Mark, also Mark von TheTwoBros, zur Zeit eine Militärbasis in Minecraft. Und ja, da wäre es cool, wenn ihr vielleicht für uns warten könntet, wenn ihr uns quasi unterstützen wollt. Ja, mal gucken, ob ich jetzt hier die Runde was reiße. Ich habe hier schon eine Runde aufgenommen, die war nicht so gut. Und ja gut, wir haben jetzt hier zumindest Eisen, das heißt wir haben schon ein Eisenschwert jetzt. Und da ist das Kit, finde ich, vorteilhaft, da man dann sich nicht erst quasi hocharbeiten muss zur Steinspitzhacke. So, ein bisschen Kohle hier rein. So, was haben wir für Ausrüstung? 16 Holz, gut. Gucken, was machen die anderen so? Der baut jetzt seine Festung ab. Auch cool. Okay. und wir haben das erste Eisenschwert. Gut, jetzt die Blöcke nehme ich mal so mit. Ich würde sagen, ich baue mich gleich zu dem rüber. Ein bisschen Action machen am Anfang. Wenn die Blöcke nicht reichen, aber ich habe mich kurz hier ab. Ich habe nämlich gelernt, dass wenn man runterfällt, kann man sich dann noch retten. Ich gebe mir mal die Axt. So, dann baue ich hier ein bisschen Holz ab, um noch ein paar Blöcke zu bekommen. Den ich muss mich ja noch irgendwie rüberbauen. Läuft bei denen auf jeden Fall. Ich habe es jetzt nicht gesehen, aber irgendwas ist explodiert. Ah, die haben den Spawn gesprengt, die Helden. Das nie können. Boah, was für Idioten, ey. Habe ich was zum Werfen? Nein, natürlich nicht. Hm. Gut. Was machen wir jetzt? Wir können versuchen, uns da hochzubauen. oder wir gehen jemanden umhauen. Ich glaube, wir machen das. Ich brauche mich jetzt einfach in den Spawn rein. Oha. Versucht mich zu angeln. Hier ein Fisch. Aha. Ich bin jetzt bei dem. Der ist an meiner Festung. Was geht mit dem? Der macht komische Effekte. Tschüss. Oha. Essen. 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 Goldapfel. Ja. Wir haben den. Ja, wir haben den. Nein. Oh nein. Schade. Mann, wir haben den so gut geklatscht. Ja gut. Äh. GG. Gut. Dann war es das mit dieser Folge von Skywars. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nein, ich möchte jetzt nicht broadcasten. Ich will 5 drücken. Und ja, dann guckt auf jeden Fall auch mal bei Marc vorbei. Ich weiß nicht, was der da so macht. Mit dem baue ich zumindest hier im kreativen Menü. Ich möchte euch nochmal ganz herzlich für die 100 Abonnenten jetzt bedanken. Äh. Da gucke ich, ob ich da noch irgendwas mache. Ich habe eigentlich was vor. Muss nochmal gucken, ob es funktioniert. Und ich sage, wir sehen uns im nächsten Video. Ich habe auch noch eine Einrichtungsserie und noch so eine Folge Skywars, wo ich richtig abgerockt habe. Und dann, jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss.